Peer ETN ist ein Energienetzwerksystem, das dezentrale Energiestrukturen unter einem Dach zusammenführt. Zudem bietet Peer ETN einen digitalen Energiemanager zur Steigerung der Energieeffizienz. Peer ETN umfasst das Management dezentraler Energiequellen, einschließlich Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Energiespeicheranlagen und erneuerbare Stromerzeugungsanlagen. Es bietet autonomes Energiemanagement für die zusammengefassten Ladestationen unter einem Dach. Mit KI-Algorithmen werden nutzen-kostenbasierte Lade- und Entladeoptimierungen für Energiespeicheranlagen ermöglicht. Für erneuerbare Stromerzeugungsanlagen wird eine virtuelle Portfolio-Managementfunktion bereitgestellt, die das virtuelle Ausgleichen und die finanzielle Abrechnung von kleinskaligen Solar- und Windkraftwerken ermöglicht. Mit dem digitalen Energiemanager bietet es eine digitale Energiemanagementlösung für Anlagen, die auf das Ziel einer kohlenstoffneutralen Zukunft bis 2050 hinarbeiten. Es ermöglicht Benutzern, ihre Kohlenstoffungleichgewichte auszugleichen und ein System für Kohlenstoffausgleich und Abrechnung bereitzustellen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.